31 im Quadrat plus 31 geteilt durch 31 ergibt eine dieser fünf Zahlen. Frage, welche? In dieser Rechnung können wir 31 im Quadrat umschreiben in die Form 31 mal 31 und diese 31 schreiben wir um in die Form 31 mal 1. Warum machen wir das? Weil wir jetzt deutlich sehen, dass wir im Zähler die Zahl 31 ausklammern können und somit können wir diesen Bruch durch 31 kürzen. Letztendlich bleibt noch 31 plus 1 geteilt durch 1, also 32. Demzufolge ist Antwort A die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik Olympiade beantworten.